Musik Hallo, mein Name ist Thorsten Weil und ich bin Prädikant in der Kirchengemeinde Allendorf. Und Heike Silber. Ich begrüße euch zu diesem Mittwochs Impuls. Wie geht es dir eigentlich? Wie kommst du klar mit den immer chaotischer werdenden Verhältnissen in unserer Welt? Hast du Angst? Hast du Furcht vor irgendwelchen Dingen? Hast du Ängste, die dich vielleicht beklemmen, die dir zu nahe gehen? Ich lese einmal aus der letzten Idea-Ausgabe die Top-Ängste der Deutschen vor. Preissteigerung, Inflation, wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Krise, dass die Lage in Europa und der Welt immer unberechenbarer wird, dass wir die Corona-Pandemie nicht in den Griff bekommen, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich immer größer werden, dass Gewalt und Kriminalität zunehmen, dass unsere Gesellschaft immer mehr auseinanderbricht, dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt, Klimawandel, dass die Renten nicht sicher sein könnten und noch einige mehr. Angst an sich ist ja erst einmal nichts Schlimmes. Angst fordert uns heraus. Sie fordert uns heraus, mutig zu sein, damit wir lernen, zu was wir fähig sind, wenn wir unsere Angst überwinden. Ängste können wir abbauen, zum Beispiel durch Ablenkung, durch Sport, durch Bewegung in der Natur, durch Spielen mit Kindern, durch ein Hobby, das uns sehr stark fordert und unsere Gedanken so fesselt, dass wir abgelenkt sind. Und natürlich auch durch Gebet zu Gott. Aber es gibt natürlich auch Ängste, die wir nicht so leicht beherrschen können und die wir auch nicht einfach abbauen können. Die nicht einfach durch irgendeine Ablenkung verschwinden. Wenn Angst krank macht, dann brauchen wir Hilfe von irgendeinem Fachmann, einem Seelsorger, Therapeuten, Arzt, von Freunden oder Betreuern. Vor seiner Festnahme geht Jesus ins Gebet zu Gott und er sagt ihm, was ihm Angst macht. Ja, auch Jesus hatte Todesangst und bringt Gott im Gebet seine Bitten vor, dass er doch verschont werden könnte. Jetzt bin ich natürlich nicht so vermessen, dass ich glaube, in einem 5-Minuten-Clip irgendwelche Ängste beseitigen oder überwinden zu können. Das wird mit Sicherheit nicht passieren. Aber ich möchte jedem, der mit Ängsten Probleme hat, Mut machen, sich diesen Ängsten zu stellen. Darüber zu reden, sich einem Menschen anzuvertrauen, einem Freund, einem Menschen, der vom Fach ist, einem Arzt, einem Seelsorger oder einem Therapeuten. Und natürlich auch im Gebet Gott anvertrauen. Aus eigener Erfahrung mit Depressionen weiß ich, dass genau das Öffnen eine sehr große Hilfe ist und dass es sehr gut tut und dass man lernt, dass man nicht alleine auf der Welt ist mit diesem Problem. Ängste, Depressionen haben sehr, sehr viele Menschen. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr euch öffnet, dass ihr ins Gespräch kommt mit Freunden und mit Leuten, denen ihr vertraut. Auch mit Leuten, die vom Fach sind. Es ist wichtig. Man muss nicht in der Depression oder der Angst stecken bleiben. David, der spätere König Israels, beschreibt in Psalm 18, wie er mit seinen Ängsten umgeht und wie er oder wo er Hilfe sucht. Ich lese einen kurzen Abschnitt aus Psalm 18. Ich liebe dich, Herr, denn durch dich bin ich stark. Du, mein Fels, meine Burg, mein Retter. Du, mein Gott, meine sichere Zuflucht. Mein Beschützer, mein starker Helfer. Meine Festung auf steiler Höhe. Wenn ich zu dir um Hilfe rufe, dann rettest du mich aus den Gefahren. Ich preise dich, Herr. Ich wünsche euch einen gesegneten Mittwoch und eine bestmögliche Restwoche. Schöne Grüße aus Heikersildach. Schöne Grüße aus Heikersildach. Untertitelung des ZDF, 2020